Sie sind ja mit Ihrer Frau zusammen da auch vor der Kamera. Wie ist das so, wenn man das zusammen macht? Gut, also weil wir können zu Hause Text lernen und, nein, also ich meine, wir kennen uns ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren vor der Kamera und haben da von daher die Erfahrung, wie es ist, miteinander zu arbeiten und das hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Sie werden ja auch bald wieder Papa. Wie fühlt sich das an? Das sind die Themen, die ich heute ausklammere. Aber die Väter sind ja meistens ein bisschen mitschwanger. Wie geht es Ihnen dabei? Also mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr auf den Film heute Abend. Ich wünsche Ihnen das. Danke, danke.